Warte, hätt ich gesagt. Mit Schlimmertagen gehen wir keine Au-jausnen. Der ist einfach allein. Geht's auch. Blöd, oder? Ja, heute ist Mittwoch, oder? Mit Schlimmertagen gehen wir keine Au-jausnen. Was sagen wir dazu, dass wir keine Matten mehr haben? 0 von 10. Keine Matten mehr. Das passt genau. Keine Matten mehr. Wir sind jetzt auf dem Mattenwohn. Keine Matten. Absurd. Was sagen wir dazu, dass wir keine Matten mehr haben? Perfekt. Florian, was ist die Meinung? An Fohlen. Nudeln gibt's jetzt. Mal was ehrliches. Irmli Saft. Schieb wieder telefoniert, oder? Omae wa mou shindeiru. Achtung. Eine Pulblia der Havera. Na? Das ist ja Wahnsinn. Richtig, hier ist es halt. Ja, wir sind gelernte E-Techniker. Seht ihr jetzt wunderbar? Ja, wir sind gelernte E-Techniker. Ja, das Auge da jetzt. Wir gehen dir jetzt eh hacken, und wir fragen dir jetzt, ob wir helfen sollen als gelernte E-Techniker. Ja, weiter. Und dann gehen wir noch eine schmieren. Und dir werd ich auch noch eine schmieren. Ich glaub, der riecht das jetzt, das Horsch noch. Was ist denn überhaupt los? Darf ich nicht. Schauen wir sich das einmal an. Das ist der Kosten, um den es geht. Wohls Orsch. Braun. Und das ist einfach schwarz. Du gehst dann Bierkappen. Nein, aber Bierkappen. Bier. Das ist ja, schauen wir, was es gibt. Ja, warte. Ja, warte. Du hast normale Wasserflaschen. Wuuu. Hallo da. Wuuu. 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 Entschuldigung, deine Wampenhauerer. Nein, meine Wampenhauerer. Genau die Flaschen. Nehmen und in Ankonda aussteigen. Das ist ein bisschen unter Rimini. Und dann Italien durch. Genau, in Saarab dort Italien durch. Da sind wir nur am Auto. Wir haben jetzt das erste Schnapsel angefangen. Am 12 Uhr. Nachher tun wir noch Auto fahren alle. Aber wir tun uns dann schon noch anwechseln, oder? Damit jeder einmal gesoffen fahren darf. Oder? Nein, ich bin als erstes. Okay, du lenkst und du gibst Gas. Ich schalte. Ich hab einen Fohlen. Ja, ich muss ja. Drittes Bierli heute. Aber die ersten zwei waren schon am Vormittag. Die sind geltend nicht. Ja. Was sagst du dazu? Flüssig. Flüssig? Sorg. Ja. Sorgwarm. Der gelden komplett am Vormittag. Ja. Wir werden uns jetzt in unseren Richtigen einstellen. Und morgen am Mittag, Vormittag loshirsen. Servus. Servus. Du schmierst. Es tut nicht weh. Warte noch. Warum tut es nicht weh? Warum tut es nicht weh? Warte noch. Warte noch. Warte noch. Warte noch. Los geht's. Wow. Wo müssen wir rein? Wo müssen wir rein? Wo müssen wir rein? Sprinten wir jetzt rein? Ja. Ein Full Sprint auch rein? Drei. Zwei. Eins. Go! Zwei. Drei. Schau mal einen Tänzwerb. Nur noch mal einen Tänzwerb. Ich werde Amor verbissen und das auch ... ... ah, ich hab schon ... Ah, so ist es ja. Leichte Körb. Oh, fern die Atta! Das ist schon gut. Ich habe es nicht mehr damit. Ich habe es nicht mehr damit. Das ist schon der Bedeut. Das ist schon so schnell. Ich habe es nicht mehr, okay? Let's f***ing sand it! Das war so kratz! Wrist legger! Let's go to the beach! Let's go swimming! Hang on! We are out! Heddy! 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 Wut! Tuck! Wut! Wut! Heddy! Wut! 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 Let's go to the beach, let's go swimming! Der Siegler! Der Siegler! Ich hab Ruhle einen in die Gauschen gekriegt! Und? Mirs? Ah ja! Was sagt man zur Niederlage? Was sagt man zur Niederlage? Was sagt man zur Niederlage? Der Siegler, der Siegler nicht auslassen! Wir machen jetzt noch er und er gegen Ihrem und Ihrem! Jetzt schlagen wir es nicht an! Noch ein Huxer-Arius! Drei Polz! Nicht auf mich schmeißen! Ruhle-Arius! En Fall von Fritz! Die hase Lange! Woh! 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 Das war's für heute. Jaaa! Alter, das war da. Gungen haben wir es. Kein wird mir nichts. Hochwein ist es nicht mehr gewingen. Hochwein ist es nicht mehr gewingen. Noch so eine deppete Frage. Wie haut er ins Gesicht? Die nächste deppete Frage! Das ist die nächste deppete Frage! Das ist die nächste deppete Frage! Also, bei uns hat sich gerade der Emanuel dazu gesellt. Und wir haben von Motta Crossfahren geredet. Hirsus, langer Hirsus. Wie schaut das da aus? Pistonerisch! Einmal ein Schnitzel. Einmal ein Schnitzel. Einmal ein Schnitzel. Jaaa! Wir sind gerade. Wie spät ist es denn? 11 Uhr auf die Nacht. Was haben wir da getrunken? Ruschi. Raki Ruschi. Raki Ruschi. Das ist einfach ein... Vorlauf. Vorlauf. Wir haben blindes Zwei gekriegt. Ich sehe euch nichts mehr. Alles Arsch. Ja, ist schon brutal. Iraki Kumbala. One more man. 3.02. Okay. Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier in der Frans? Kein Essen in der Frans? Du in der Frans? Nein. Nein? Fertig. Ja, schlau. Ja, schlau. Ja, ja, ja. In der Masse, in der Masse, in der Masse. Ja, ja. Morgen sind wir wieder. Okay. Ist es die Polizei? Ich habe nie einen gesehen. Im Auto? Ja. In der Frans? Ich habe keine Polizei gesehen. Oh, keine Polizei. Ist es die Polizei? Nein. Es ist die Polizei. Es ist die Polizei. Es ist hier. So können wir einfach krank fahren? Ja. 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 Wurschen. Vorlauf Nummer 2. Cheers. Blindes 3 jetzt. Cheers. Cheers. Ich habe einen ganzen Becher von Schnaps gekriegt. Full of milk. Einen ganzen Espresso Becher von fucking Schnaps. Cheers. Cheers. Es gibt traditionelle albanische Musik. Ausgesucht vom echten Albanesen. Gut. Wir spielen jetzt mit dem Havrat Emanuel. Der alte Jäger vom Silbertannenwald auf. Wir haben einfach nur Angst um unser Leben und dass der Sauunternein einfach alles versteht, was wir sagen. Wir haben jetzt noch versucht zu gambern. Aber es geht leider nicht. Casino. Casino. Brrr. 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 Online. Online Casino. Brrr. Does it work here in Albania? Jetzt hat er einfach die 40 kmh Brüllen ausgebracht. Jetzt telefoniert er mit seinen Cousins und machen sich gerade eine Uhrzeit aus, wann der Raid gestartet wird. Und dann werden wir sich jetzt so hinter die Synapsen machen. Das ist ja so. Man muss einfach die. Vorlaufus. Vorlaufus. Was passiert gerade? Schauen Sie kurz ein Update. Das ist glaube ich mein viertes Achtl, was ich da jetzt saue. Schaut euch das an. Es gibt jetzt Liveaufnahmen. So stark ist das nämlich. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Es brennt einfach. Du gehst hin, zack. Es brennt einfach. Es brennt einfach. Es brennt einfach. Es brennt einfach davon. Jetzt hat er die Jausen der Herzeit. Einfach die 40 kmh Brüllen. Geflaucht. Scammer gescampt. Ich bin genauher. Dann hab ich eine Verbreche. Also kam es auf Schauen. Ich bin auf. Ich habe mich zur Tüung. Ich bin jetzt mal zur Tüung. Ich bin jetzt innerhalb von Jasper. Ich bin jetzt in der Tüung. Vielen Dank.